Generalprobe fürs Viertelfinal Hinspiel gegen Inter Mailand. Gut in Form, Thomas Linke, Saisontor Nummer 2 für den Mandecker mit Länderspielambitionen. Schalke wie so oft auswärts eine Stunde lang klar überlegen, ohne aber das zweite Tor nachzulegen. Dann dies, Lehmann von Wethendorf angegangen, Spiel läuft weiter. Gravesen aus 30 Metern, der Ball wunderschön vom Schlappen gerutscht. Der Auswärtssieg dahin, nach wenigstens war das Wetter gut.